Hallo Leute, hier ist Torfin. Ich trinke jetzt Red Bull Easy Lemon. Viel Spaß bei diesem Video. Übrigens, ich sitze hier im Wehrland, Werkstatt in der Speiseraum und mache dieses Video. So, gucken wir was aufmachen. Hört's gut an. Ah ja, sag ich sagen, Red Bull Easy Lemon. Dann probieren wir es mal. Das schmeckt gut. Über den Bull halt nur einfach Lemmeln. Zum Wohle. Schmeckt sehr gut. Du siehst von aus. So. So. So Leute. Wer mich wundert, warum jetzt ein anderes Bild im Hintergrund ist. Dann sitzt sie bei mir in der Gruppe. So sieht sie ja aus. Das habe ich vorhin ja gezeigt. Der hat ja sehr gut geschmeckt. Der hat ja sehr gut geschmeckt. Ich mache jetzt, das ist ja zweitens, das denke ich gleich hinten dran. Weil es gestern am Mittwoch unterbrochen worden ist. So. Ich hoffe ihr habt viel Spaß mit diesem Video. Ich wünsche euch TJ.